ja hallo ich grüße euch es ist freitagnach 15 52 und ja zeit für post aus china nach langer zeit mal wieder ich habe fast die befürchtung hier ist nichts drin aber irgendwie das ding ist völlig ausgelutscht und es scheint auch mal immer geöffnet gewesen zu sein aber ich weiß nicht weiß ich ach das geht weiter was ist das dann ach das sind die kleinen leds jawohl das sind irgendwelche high power leds sondern wie anders aus ursprünglich naja schauen wir mal was die können ich glaube 100 stück sollten es sein da sieht mir nicht ganz so viele aus aber ja ich werde es dabei schreiben bis dahin ciao ciao